Grüß Gott! Wir stehen jetzt hier neben dem Stephansdom, zu dem wir gestern mit über 100 Leuten gezogen sind. Kleines Modell sehen Sie hier, wunderschön. Wir haben gebetet für die ganze Weltkirche, für die Politik weltweit, aber ganz besonders auch für unser Heimatland Österreich und uns sehr gefreut, dass viele von Ihnen im Geist mit uns mitgegangen sind. Das Fatima-Gedenken hier in Österreich ist nicht ausgefallen, im Gegenteil. Es wird voller Kraft, voller Freude begangen worden. Vielen herzlichen Dank und Gottes Segen. Bis bald. Gegrüßet seist du, Maria, alle Gnade der Herren mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, alle Gnade der Herren mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, alle Gnade der Herren mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, alle Gnade der Herren mit dir.